und ein kräftiges okay von mir und von mir ein moment ein moment endlich sind wir wieder da jetzt gerade nur ich weil er irgendwas machen muss ich glaube seine Eltern kamen gerade rein kann nicht irgendwas machen boah ich bin schon voll aus der Übung irgendwie und müde bin ich Entschuldigung ich weiß gar nicht wo wir waren ich guck mal kurz Schusswerfen am Arsch Dili Dili wird mit 2L geschrieben oder? ich schreib es einfach mal weil es cool aussieht Dili Dili ich bin wieder da da was sagen wir mal was was los du bist grad voll leise bei mir du hast mich zu leise gestellt wahrscheinlich bist du wieder zu lösen mir sag noch mal was video anwenden ich sehe nichts schwarzbild ok dann kann ich schon mal hier raus gehen dann gehe ich noch mal kurz auf skype glücklicherweise seht ihr das jetzt nicht shadow mode hab ich jetzt gemacht ich guck jetzt mal du hast shadow mode du spaß da shadow mode shadow mode höheres level level 2 ja waren wir nicht schon weiter ah nee das war ein ding fähre neo und dach altimisten station ach das geht mir ein scheiß dreck wieso habe ich das gesagt können wir weitermachen ja warte ich will nur kurz gucken ob ich zum beispiel mit altimisten ja ok lass einfach weitermachen das kann ich später machen die wegen missionen aber welche mission haben wir jetzt monströse forschung konnten wir ich weiß gar nicht wo ich auf mission gehen können dass wir zum rechts der fall der nach uhr links zeigt er hat drauf und dann mission von genau haben sollen wir ein weiter machen ja würde ich sagen sonst große forschung also müssen wir einfach noch ein hatten wir ein machen und starten aber das können wir nicht das können wir so sich zusammen machen naja ich weiß ich starte schon und annehmen schon geschafft vertraue auf die rüstung ist das nächste wenn er an die pioniere ach so stimmt ja zu sagen weit kommt schatten der bestie den ton bei mir etwas leiser ich lese wieder vorne mal leistet kommt hallo ist die kam mit ich hoffe alles läuft gut es ist etwas passiert das danach verlangt dass du dich deiner bisherigen größten herausforderung stellst ich habe anwesung des parlor hauptquartier die von großen captain ozul selbst kommen du wurdest als einer der knights ausgewählt die aktiv nach spuren des eifersquads suchen sollen eifersquad das klingt was das sollte es es gibt eine menge neuer rekruten ach das klingt nach was die ständigen darüber reden sie sind sowas wie helden für manche knights das alpha squad war eine elite truppe von knights die ozul persönlich ausgewählt hat als erst das uhrwerk zu betreten und zu suchen versuchen die quelle des gewaltigen energie signal als das von dort unten erfordringt ausfindig zu machen da alle systeme der sky lag für einige aus wochen ausgefallen war war eine kommunikation über funk nicht möglich stattdessen haben sie die das alpha squad war was das erste haben sie ja warte ich muss es also was 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 die vierte reihe von ganz unten 1 2 3 4 5 nicht mehr während der reise eine reihe also stattdessen haben sie während ihrer reise eine reihe von aufklärungsmodulen hinterlassen ein wenig wie eine spur aus brotkrumm als unsere techniker eigentlich das kommunikationssystem der sky lag zum laufenden gebracht hatten konnten wir keine verbindung zum alpha squad herstellen und wir haben seither nichts mehr von ihnen gehört ihre frequenz frequenz ja ja ist völlig tot dass ihre frequenz tot ist verwirrt uns alle unsere kommung links sind dafür gemacht alle arten extremer beanspruchen zu widerstehen sogar explosion explosion man sie haben sogar den abstoß der sky lag überstanden es fällt mir nichts ein was die verbindung fällig zerstören können sollte wo spiele ich hier nun eine rolle du musst herausfinden was mit ihnen passiert ist du wirst damit anfangen die stelle aufzusuchen von denen bekannt ist dass sie ihre aufklärungsmodule dort befinden befinden und sammelt sie zur auswertung eines ich bin so müde dafür machen wir das in der nächsten folge mache ich mal so was ich bin ganz müde dafür okay gut das hätten wir nämlich jetzt mit zehn minuten mit dem vorlesen verbracht jetzt die musik ist jetzt so laut also mir stört mich grad irgendwie alles ähm schonst du rein ich komme hinterher erwarte ich mache nur gerade etwas leise so mission rang und fall vertraue auf die rüstung private gruppe erstellen ja kann ich hier beitreten warte jetzt sind jetzt bei sieben minuten acht stimmten ausstimmungen müssen aus dem nein ich hätte hier doppelt also ich wollte gerade schon sagen warum labert er zweimal katzenkotze melden machst du dich auch aus habe ich schon mal meine waffe verbessern das ist alles zu leise weil ich weiß so wie ich weiß ja so wie so leise gestellt wenn es mal so zu laut war das schließen das schließen das schließen kommst du und mich war grad zum Schutzballen ganz merkwürdig jetzt weiter vertraut die Rüstung die Fallen kaum noch im Urwerk im Untergrund rotieren die Ebenen in Echtzeit du wirst auf einer einzelnen Reise niemals aller Ebenen einer Welt sehen nur ein wahrer Abenteurer wird wirklich alle Geheimnisse lüften die Welt verändert sich denn nicht jetzt kann ich auf einmal jetzt kann ich auf einmal oder was wie mein Kampf bei der sich füttern ich habe ihn gerade gefüttert Ausrüstung die Lüste und die 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 ich habe sie nicht vermisst wenn ich zu sein nach denn macht ein bisschen lauter sonst wird man hier wirklich gar nichts zu der die die Schnitzel D Kinder demnächst zeigen wie bei dem anderen Akkord sind von dem Oberpowered wir da sind und die Oberpowered wir bei Pastiche äh 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 da blamieren wir uns ja aber ich noch so gut vor dem Prestige ja aber aber sehr ja wer 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 kommt kommt geht auf geht auf wir sind unnormal überpower da wir so überpower dass die fischer uns schon k.o. machen so überpower sind die er warst du das das habe ich in den Inventar gehabt keine Ahnung kann er jetzt mal rauskommen daneben nicht ich weiß wie hier oh ne du scheiß papi du du scheiß ohne retto redroyed geh kacken retroyed die Freie Kami Amir war dabei in den die Kacken Leichtbüchsen ich hab Leichtbüchsen wirklich vermissen Gekackenteil warum du bist Kürtel Kürtel Prozent Prozent die Kürtel Leckers Karlsruhe bei mir liegt es nicht vorher abstacheln Stoffel am Ende der Koppel auch was Papi ist Papi lalala papis ich hoffe ihr seht wie scheiße das gerade lecken so wie so lecken bei mir alle spiele momentan das ist scheiß pc ah nee ich weiß wieso ich habe auf ihrer grad am upgraden ich habe ich bin am rendern und ich nehme auf ein wie treuig auf kistik durch rot durch rote die kacken ohne lecht wird sie ist lecht wird sie gleich tot ich bin gleich tot noch nicht schraube noch ein bildung wie so wie sie so wie diese blechbüchschen es brennt hier müssen eingangs aufgegangen nun sollten wir eine war die kommt mit er habe ich ja alles gerade ich brauche noch 16 Prozent meines Lebens ich glaube ich steht die Bruder Prozent ab 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 Papi aber immer und Katzenkopf Oh ja, komm raus! Mein bester Freund, die Blechwürzel. Irgendwie cool. Ich gebe den eigenen Namen. Ey, ey. Ey, was? Ey, was müssen wir jetzt noch aktivieren? Ah! Ich kann zaubern. Melden, wir müssen nicht mehr den Part beenden. Warte, 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 nicht drauf gehen. Hä, schon? Ja, wir sind schon bei 15 Minuten. Was, die Uhr? Ja. Wir sind jetzt gleich bei 15 Minuten. Und noch hier drauf? Nein, dann startet das so direkt. Jetzt lassen wir den warten. Dann können die bis zur nächsten Woche warten. Wollen wir gleich noch ein bisschen Spiral Night so spielen? Mal gucken, wie viel Uhr dann haben wir. Ich würde sagen, wir bis zum nächsten Part. Tschau meine Ratschen. Tschau meine Ratschen. Vielen Dank.